In dem jetzigen Panel geht es um die Frage ISIS, Dreh- und Eingepunkt Asien. Hierzu wird zunächst Herr Dr. Uwe Hallbach auf meiner rechten Seite einen Vortrag halten. Herr Dr. Hallbach ist Kaukasus-Experte und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Nach seiner Promotion über die mittelalterische Geschichte Russlands war er fünf Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für osteuropäische Geschichte an der Uni Köln. Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien. Seit 2001 ist Herr Dr. Hallbach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin tätig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Russland, Zentralasien und Kaukasus, sowie der Islamismus im Raum der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, über die er auch viele Veröffentlichungen vorgelegt hat, vor allem in Institutschriften. Zum Beispiel schrieb Herr Dr. Hallbach einen Artikel über die Rolle des Terrorismus im Nordkaukasus nach den Anschlägen von Boston und Arbeitspapiere zu Stabilitätspolitik in Zentralasien und Kaukasien im Rahmen der Antiterrorallianz. Dem angeknüpft wird Herr Dr. Hallbach jetzt einen Vortrag halten mit dem Titel Nordkaukasus, neue alte Brutstädte, islamistischen Terrorismus. Deshalb übergebe ich Ihnen gerne das Wort und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, vielleicht ganz kurz noch eine Anmerkung zu dem Raumwechsel, den wir jetzt gerade vollziehen. Der regionale Bezugspunkt für unser Panel ist ja Asien. Man kann sicherlich darüber streiten, ob der Kaukasus zu Asien oder zu Europa gehört. Das ist eine uralte geopolitisch-geografische Diskussion. In jedem Fall ist dieser Raum in Eurasien zu verorten und das ist der Regionsbegriff, der sich gewissermaßen für den post-sowjetischen Raum in den letzten Jahren herausgebildet hat. Aus europäischer Perspektive ist es dabei sicherlich nicht irrelevant, dass die Region in diesem post-sowjetischen Raum, in dem sich islamistische Dynamiken einhergehend mit terroristischer Gewalt noch mit am stärksten entwickelt haben, nicht so sehr nördlich von Afghanistan in den südlichen Teilen Zentralasiens liegt, obwohl es auch dort islamistische Netzwerke gibt und islamistische Bewegungen gegeben hat, sondern eben in der Nachbarschaft Europas, nördlich des großen Kaukasus am Südrand Russlands. Das bringt natürlich auch Russland als den Akteur in Sachen Antiterrorismus-Politik mit ins Spiel. Das bringt auch den post-kommunistischen, den post-sowjetischen Raum mit ins Spiel. Da wurde ja schon die Frage nach der Totalitarismus, die Totalitarismusfrage gestellt. Hier hat natürlich auch die Bildung eines ideologischen Vakuums beim Zerfall der Sowjetunion, bei der Auflösung der Sowjetunion eine gewisse Rolle mitgespielt bei der Entstehung neuer ideologischer Bewegungen. In diesem Raum der ehemaligen Sowjetunion fanden gewissermaßen in einem Spektrum von Estland bis Tatschikistan seit Ende der 80er Jahre, also beim Übergang in die nachsovjetische Periode, Prozesse statt, die als religiöse Wiedergeburt in Absetzung von religionsfeindlicher sowjetischer Ideologie bezeichnet wurden. In einigen Teilen dieses Raumes hat es dabei eine sehr enge Verbindung zwischen religiöser und nationaler Wiedergeburt, zwischen dem Sakralen und dem Nationalen gegeben, etwa in Armenien und Georgien, wo die Identifikation mit der eigenen Landeskirche eine erhebliche Rolle auch bei der nationalen Wiedergeburt gespielt hat. In den muslimischen Teilen dieses Raumes hat dieser Prozess zur Verbindung mit der islamischen Außenwelt geführt, von der Zentralasien, Aserbaidschan im Südkaukasus, der zu Russland gehörende Nordkaukasus und andere muslimische Regionen Russlands in sowjetischer Zeit abgeschottet, weitgehend abgeschottet waren. Bei dieser Öffnung, die sich zum Beispiel dadurch vollzog, dass nun junge Leute aus diesem Raum auch an Religionsschulen im islamischen Ausland studierten, unter anderem auch an den Golfstaaten und in Saudi-Arabien, bei dieser Öffnung entfalteten sich dann auch islamistische und pan-islamische, teilweise eben auch militant-dschihadistische Kräfte, allerdings von Region zu Region in einem unterschiedlichen Ausmaß. Im Kaukasus zeigt sich dieser Unterschied etwa zwischen Aserbaidschan, wo die Gesellschaft bei aller Wiederentdeckung islamischer Tradition und Geschichte doch weitgehend in einem säkularen Nationalismus verwurzelt ist und sich radikal-islamistische Herausforderungen noch in recht überschaubaren Grenzen halten und eben dem benachbarten östlichen Teil des Nordkaukasus, mit russischen Teilrepubliken wie Dagestan und Tschetschenien, die dann zum Epizentrum islamistischer Untergrundaktivitäten im postsovietischen Raum wurden. Dabei war der europäische Blick auf diese Region lange Zeit auf Tschetschenien beschränkt. Tschetschenien war gewissermaßen pars pro toto für diese Gesamtregion. Dafür waren zwei Kriege verantwortlich, die mit tausenden zivilen Todesopfern das wohl schlimmste Gewaltereignis nach sowjetischer Entwicklung, nach sowjetischen Raum gebildet haben. Erst in den letzten zehn Jahren hat sich der Blick auch auf andere Teile des Nordkaukasus ausgeweitet, etwa auf die Nachbarrepublik Dagestan oder auf die zentraleren Teile in dieser Region. Ein islamistischer Untergrund hat dort ethnische Siedlungs- und Republikgrenzen überschritten und sich zumindest teilweise mit auswärtigen Dschihad-Netzwerken in Verbindung gesetzt. Und seit drei Jahren wird unter diesen externen Adressen vor allem eben Daesh, Syrien und Irak hervorgehoben. Seit geraumer Zeit führt nicht mehr Tschetschenien die Gewaltstatistik im Nordkaukasus an, sondern die Nachbarrepublik Dagestan, die größte Teilrepublik Russlands in dieser Region. Und in den letzten drei Jahren gingen insgesamt die Gewaltereignisse im Nordkaukasus zurück. Das heißt die Kämpfe zwischen Sicherheitskräften und bewaffnetem Untergrund sowie Terroranschläge in der Region und aus der Region. 2015 lag die Zahl der diesbezüglichen Todesopfer mit 209 für die Gesamtregion auf dem mit Abstand tiefsten Stand seit Anfang der 90er Jahre, also seit Beginn der Tschetschenien-Krise. Ich komme auf die Frage, ob sich damit mit diesen Zahlen Stabilität im Nordkaukasus wirklich gefestigt hat, nachhaltig gefestigt hat, dann später noch zurück. Zuvor ein historischer Rückblick und eine Anmerkung zum Begriff Wiedergeburt im religiösen Kontext nach sowjetischer Entwicklung. Es ist gerade mit Blick auf den Islam in Teilen des Nordkaukasus in Anführungszeichen zu setzen, dieser Begriff der Wiedergeburt. Denn hier war Islam auch in der sowjetischen Periode keineswegs ausgelöscht worden. Zwar beschränkte sich der sogenannte der offizielle Islam hier auf wenige arbeitende Moscheen, wie es im sowjetischen Jargon hieß, und eine begrenzte Zahl von Mullahs unter staatlicher Aufsicht. Unterhalb dieser offiziellen Ebene wurden Religion und Tradition aber durch Alltags- und Familienrieten gelebt, etwa in einem Netz heiliger Kultstätten, die Gräber von prominenter Sufi-Scheichs umfassten und zum Ziel von Pilgerfahrten wurden. Zugleich traten Strömungen hervor, die sich strikt an der Scharia orientierten und einige dieser Traditionen als heidnisch. als Jahiliya diffamierten. Da deutete sich bereits in ausgehender sowjetischer Zeit ein Spannungsverhältnis zwischen traditioneller und fundamentalistischer Religiosität an, das heute in Konflikten zwischen Sufis und Salafiten oder Wahhabiten in einigen Teilen des Nordkaukasus zum Ausdruck kommt. Allerdings muss beim Thema Islam und Islamismus ein Ost-West-Gefälle in dieser Region beachtet werden. Der Islam war am frühesten und tiefsten in den östlichen Regionen, vor allem in Dagestan, verwurzelt. In den westlichen Teilen der Region, etwa in den tscherkesischen Siedlungsgebieten, rangierte ethnische und tribale, deutlich vor religiöser Identifikation. 2007 rief der letzte tschetschenische Untergrundpräsident, Doku Umarow, ein islamisches Kaukasus-Emirat aus. Dass dieser virtuelle Gottesstaat sich auf den östlichen Teil des Nordkaukasus bezog, hat seinen historischen Hintergrund. Ganz kurz dazu. Diese Region war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Kerngebiet eines antikolonialen Widerstands gegen russische Oberherrschaft unter der Flagge des Dschihad oder des Krasawad. Ein Widerstand, der das Zarenreich in den bis dahin längsten und brutalsten Krieg in der Geschichte seiner kolonialen Ausdehnung seit dem 16. Jahrhundert geführt hat. Islamische Autoritäten waren damals bemüht, kaukasische Bergvölker muslimischen Glaubens im Widerstand gegen diese Oberherrschaft zu vereinen und diesem Widerstand staatliche Organisationsformen zu verleihen. Den Höhepunkt erreichte dieser Prozess in einer politischen Entität, die man heute wohl als islamischen Staat bezeichnen würde, unter dem dagestanischen Imam Shamil, der den Widerstand von 1834 bis zur Kapitulation von 1859 leitete. In diesem Shamil-Imamat verband sich sufitisches Bruderschaftswesen mit einem rigiden islamischen Legalismus, den man heute wohl eher in Verbindung mit Salafismus bringen würde. Die sowjetische Nationalitätenpolitik verlagerte dann Identität auf ethnisch-linguistische Zuordnungen. Dabei konnte sie aber die islamische Symbolik der pränationalen Periode nicht völlig verdrängen. Noch Ende der 1920er Jahre waren rund 40 Prozent der männlichen Bevölkerung Tschetscheniens Mitglieder in verschiedenen Filialen von Sufi-Orden, von Sufi-Bruderschaften. In Dagestan war es selbst in spätsowjetischer Zeit nicht ungewöhnlich, dass hohe Parteifunktionäre in solchen Netz, in solchen Bruderschaften tätig waren. Dabei war die Mitgliedschaft in solchen Netzwerken allerdings eng mit ethnischen und tribalen Zuordnungskriterien verbunden und trug noch kaum einen pan-islamischen Charakter. Dafür waren die Muslimregionen der Sowjetunion eben zu stark abgeschottet von der islamischen Außenwelt. Und das änderte sich nun in der nachsovjetischen Periode, in die der Nordkaukasus vor allem mit der tschetschenischen Sezessionsbewegung eintrat. Diese Bewegung war zwar in erster Linie auf nationale Unabhängigkeit gerichtet und ihr Führer, der ehemalige sowjetische General Jochard Dudayev, war alles andere als eine religiöse Autorität. Aber es mischte sich schon in diesen ersten Tschetschenienkrieg von Ende 1994 bis 1996 auch das Klischee des Religionskrieges ein. Denn in Tschetschenien standen dem bewaffneten Widerstand gegen die massive Militärintervention aus Russland Kämpfer aus dem islamischen Ausland wie der legendäre Ibn al-Hattab zur Seite. Nach diesem ersten Tschetschenienkrieg verstärkte sich dann im bewaffneten Untergrund eine, ja nennen wir es ideologische Transformation von nationaler Unabhängigkeitsbewegung hin zu einem transethnischen islamischen Aufstand, ein Prozess, den man mit Dschihadisierung bezeichnen könnte. Und dies geschah in Anlehnung an das historische Vorbild und mündete 2007 in das bereits erwähnte Kaukasus-Emirat, das zwar keine kompakte Territorialherrschaft ausübte, wie der IS in Syrien und Irak und teilweise in Libyen, aber doch die Aktivitäten lokaler Untergrundgruppen, sogenannter Jamaat-Gemeinden, in nordkaukasischen Republiken koordinierte und ideologisch legitimierte. Dabei subsumierte in den russischen Medien das Schlagwort von den Wahhabiten, alle möglichen islamischen Strömungen, die auch nur im Entferntesten des Extremismus verdächtig waren. Da wurden observante, aber eher unpolitische und nicht gewaltorientierte Muslime, politisch argumentierende, oppositionell argumentierende Islamisten und gewaltorientierte Dschihadisten in einen Topf geworfen. In dem de facto unabhängigen, aber vom Krieg völlig zerstörten Tschetschenien entfalteten sich ideologische Kämpfe. Radikal-islamistische Kräfte begaben sich in Konfrontation nicht nur zu einem säkularen Nationalismus, sondern auch zu gemäßigten Sufi-Bruderschaften, zu traditionellen Ausdrucksformen von Islam und umgekehrt. 1999 kam es dann zu Übergriffen des islamistischen Untergrunds in Tschetschenien auf Dagestan, auf die Nachbarrepublik Dagestan, wo sich in einigen Dörfern Scharia-Enklaven gebildet hatten. Dieser Vorstoß, damals unter der Führung des sehr bekannten Schamil Basayev, des Feldkommandanten Schamil Basayev, wurde von Moskau als Anlass für den zweiten Tschetschenienkrieg genommen, der in den ersten Jahren nicht weniger massiv und brutal ausgetragen wurde als der erste. Und auch auf der Gegenseite wuchs eindeutig die Brutalität. Seit 1999 gab es 75 größere Terroranschläge gegen weiche Ziele in Russland, die ganz überwiegend vom Nordkaukasus ausgingen. Ihnen fielen 100 Zivilisten zum Opfer, darunter mehr als 180 Kinder bei der Geiselnahme an einer Schule im nordostetischen Besslan. Sie werden sich wahrscheinlich an diesen Vorfall noch erinnern. 2004 war das. Werfen wir nun einen Blick auf die gegenwärtigen Entwicklungen und die Zahlenangaben zu islamistischer Untergrundaktivität, wiederum vorwiegend im östlichen Teil der Region. In internationalen sicherheitspolitischen Quellen wird die Situation im Nordkaukasus mit Low-Level-Insurgency umschrieben. Wir sehen seit 2014 zwei Trends. Einerseits die Abnahme von bewaffnetem Aufstand und von der Zahl von Terroranschlägen in der Region selber und aus der Region auf andere Teile Russlands. Andererseits wachsende Verbindungen zu externen islamistischen Netzwerken zu externen Akteuren. Einerseits gingen die Terroranschläge und Gewaltakte 2014 angeblich um 46 Prozent und 2015 angeblich um weitere 51 Prozent zurück. Hier ist das angeblich besonders zu betonen. Denn in den offiziellen russischen Quellen gehen die Zahlenangaben zur Gewaltstatistik oft weit auseinander. Hier kann ich mich nur der Anmerkung von Frau Attil gern anschließen, dass wir in vielen Räumen, wo wir uns mit Islamismus beschäftigen, einfach keine gesicherten Quellen haben. Die Datenbasen einfach völlig unzuverlässig sind. Und das gilt ganz besonders für die russischen, für die Datenbasen, die hier aus Russland angegeben werden. Ich komme auf die divergierenden Zahlen gleich nochmal zurück. In den Jahren zuvor, vor 2014, hatten die Gewaltereignisse beständig zugenommen. Tschetschenien bildete, wie gesagt, nicht mehr das Epizentrum von Gewalt. Der Kriegszustand in der Republik konnte überwunden und ein Wiederaufbau eingeleitet werden. Allerdings in einem Prozess, der wohl kaum für nachhaltige Befriedung und sicherlich schon ganz und gar nicht für gute Regierungsführung steht. Da hat sich unter der Führung des jungen Ramzan Kadirov ein Privatstaat gebildet, an dem die von Präsident Putin geförderte föderale Machtvertikale weitgehend abprallt. Unter lautstarker Loyalitätsbekundung für Putin und für die Zugehörigkeit Tschetscheniens zur russischen Föderation hat sich hier eine höchst eigenständige politische Entität gebildet. Mit eigenem Sicherheitsapparat, eigener Außenpolitik, eigener Kulturpolitik, eigenen Gesetzen, die teilweise im Widerspruch zur Gesetzgebung Russlands stehen. Dabei verfolgt Kadirov auch seine eigene Islampolitik. Einerseits bekämpft er den islamistischen Untergrund, wobei er auf Maßnahmen wie Sippenhaft setzt und damit zwar den bewaffneten Widerstand reduzieren konnte, beziehungsweise outsourcen konnte, aber andererseits doch riskante Traditionen wie Blutrache in Tschetschenien wiederbelebt hat. Andererseits kultiviert er einen traditionellen tschetschenischen, sufidischen Islam, bezieht ihn aber Verhaltensnormen ein, die wohl eher dem kulturellen Repertoire des Gegners entsprechen. Etwa mit der Betonung einer strikten Unterordnung der Frau unter den Willen des Mannes. In anderen Republiken wie Dagestan und Ingushetien wurde ein Dialog zwischen Regierung und offizieller Geistlichkeit auf der einen Seite und islamistischer Opposition auf der Gegenseite versucht, wobei es allerdings zu Rückschlägen und zur Unterbrechung dieses Dialogs kam. Gegenwärtig befindet sich die Regierung in Dagestan wieder in militanter Konfrontation zu salafitischen Gemeinden und kooperiert dabei mit der offiziellen geistlichen Verwaltung, die ihrerseits sehr eng mit Sufi-Organisationen und mit dem traditionellen Islam verbunden ist. Hier hat sich eine deutliche Konstellation Sufis versus Salafiten gebildet. In Ingushetien wiederum ermuntert die Republikführung die offizielle Geistlichkeit und die eher nahestehenden Sufi-Organisationen weiterhin zum Dialog mit allen islamischen Gemeinden einschließlich der salafitischen. Also wir haben sehr unterschiedliche Ansätze, politische Ansätze in diesen Republiken. Für den Rückgang der Gewaltaktivitäten seit 2014 werden unterschiedliche Gründe angeführt. Auf russischer Seite wird auf Erfolge der lokalen und föderalen Sicherheitsorgane bei der gezielten Bekämpfung des bewaffneten Untergrunds verwiesen. In den letzten zwei Jahren wurden ideologische und militärische Führer des Kaukasus-Emirats in hoher Zahl in gezielten Militäroperationen liquidiert. Hinzu kommt, dass dieses Kaukasus-Emirat, das sich nach außen hin vor allem Al-Qaida zugeordnet hatte, heute durch den Gefolgschaftswechsel zahlreicher Emire und Feldkommandeure zum islamischen Staat, zu ISIS, innerlich gespalten wurde und mittlerweile praktisch gar nicht mehr existiert. Als wesentlich für den Gewaltrückgang und die Schwächung des lokalen Aufstands wird noch ein anderer Faktor angeführt, dass nämlich die russischen Sicherheitsorgane eine Abwanderung von Dschihadisten nach Syrien und Irak geduldet, ja geradezu gefördert hätten, um im eigenen Revier für Entlastung zu sorgen. Und dies vor allem im Vorfeld der Winterolibade von Sochi 2014. Mittlerweile ist das allerdings, hat sich das etwas gewendet, mittlerweile wird das stärker abgewehrt, diese Abwanderung. Im Juni 2015 erhob der IS Anspruch auf alle Territorien, die das Kaukasus-Emirat seit 2017 als seinen Einflussbereich definiert hatte. Rief gewissermaßen ein Vilayat Kafkas als Teil des Kalifats, seines Kalifats aus und setzte dort den Dagestaner Asselderov als Emir ein, der vor kurzem im Dezember 2016 bei einer Spezialoperation getötet wurde. Habe ich noch? Wie viele? Fünf? Okay. Der vor kurzem getötet wurde. Nach der Militärintervention Russlands in Syrien Ende September 2015 erklärte der IS Russland den Dschihad und übernahm als erstes Verantwortung für den Abschuss eines russischen Flugzeugs über Sinai mit 224 Todesopfern. Von einer massiven militärischen Präsenz des IS im Nordkaukasus kann allerdings nicht die Rede sein. Auch nicht von einer hohen Zahl von Anschlägen, für die der IS die Verantwortung übernimmt. Eher umgekehrt, was die Beteiligung von Kämpfern aus dem Nordkaukasus und anderen Teilen Russlands an den Kämpfen in Syrien betrifft. Laut offiziellen Angaben befinden sich dort 2.900 Staatsbürger Russlands in islamistischen Kampfeinheiten. Andere Angaben gehen weit noch weit darüber hinaus. Laut dem Direktor des GUS-Antiterrorzentrums könnten 5.000 Staatsbürger Russlands allein unter der Flagge des IS kämpfen. 900 davon kommen angeblich allein aus Dagestan. Dazu kommen hunderte Tschetschenen aus ihrer Heimatrepublik und aus Diaspora-Gruppen. Was diese Auswanderung nach Syrien und Irak betrifft, steht Russland auf Länderebene, wie wir schon gesehen haben, heute im letzten Panel, an dritter Stelle hinter Tunesien und Saudi-Arabien. Laut dem Verteidigungsminister Scheugou, Aussage vom Juli 2016, wurden bis dahin, also bis Mitte 2016, allein 2.000 Bojeviki, also Kämpfer aus Russland, darunter 17 hohe Feldkommandeure, in Syrien getötet. Das würde heißen, dass die Zahl der Kämpfer wahrscheinlich drei-, viermal so hoch ist. Also Sie sehen, dass die Zahlenangaben ungeheuer diffigieren und wir nicht wirklich wissen, wie viele Kämpfer aus diesem Raum in Syrien tätig sind. Derzeit werden intensive Diskussionen zwischen Vertretern der Regierung und der offiziellen Geistlichkeit in Russland und im Nordkaukasus über Gefahren und Ursachen islamistischer Radikalisierung geführt. Dabei kommen auch Stimmen auf, die davor warnen, bei deren Bekämpfung ausschließlich auf Gewalt zu setzen, ausschließlich auf sicherheitspolitische Instrumente zu setzen. Denn die Geschichte des Nordkaukasus seit dem Ende des 18. Jahrhunderts steht anschaulich dafür, dass wie Gewalt gegen Gewalt generiert. Dabei wird davor gewarnt, die Gewaltreduktion der letzten Jahre als nachhaltige Befriedung zu verbuchen. Insgesamt bleibt für die Entwicklung im östlichen Teil des Nordkaukasus in der nachsowjetischen Zeit Folgendes festzustellen. Diese Region bildet Russlands inneres Ausland. Zwei Trends sind dafür verantwortlich zu machen. Erstens ein Prozess der Entrussifizierung, ein demografischer Prozess der Entrussifizierung. Der russische Bevölkerungsteil, der in sowjetischer Zeit noch relativ groß war, ist aus der Region weitestgehend ausgewandert. Nordkaukasische Republiken wie Tschetschenien und Ingushetien sind heute ethnisch homogen, wenn auch tribal untergliedert. Die ethnische Russen gibt es hier kaum noch. Dagestan ist der ethnisch heterogenste Teil des gesamten Kaukasus, wenn nicht gar des gesamten post-sowjetischen Raums. Aber der russische Bevölkerungsteil ist auch hier auf unter drei Prozent geschrumpft. Dieser ethno-demografische Prozess wird von einer Retraditionalisierung begleitet, teilweise auch von Schariatisierung, was den Rechtszustand in einigen Teilen des Nordkaukasus in Widerspruch zu den für Russland geltenden Gesetzen bringt, zum Beispiel was Polygamie betrifft. Vielleicht noch einen Satz da. Für einen politisierten, radikalisierten Appell an islamische Gerechtigkeit, der insbesondere in jungen Bevölkerungsgruppen Gehör findet, bietet die Region breite politische und sozial-ökonomische Angriffsflächen. Auch wenn ich mich der allgemeinen Meinung hier anschließe, die oft ja hier formuliert wurden, dass wir keine Erklärungsschablonen, was sozioökonomische Faktoren mit einem keine Erklärungsschablonen liefern sollten. Aber sie spielt hier schon eine gewisse Rolle. 2010 wurde von dem damaligen russischen Präsidenten Medvedev eine Politik gegenüber dem Nordkaukasus eingeleitet, die neben sicherheitspolitischen Maßnahmen verstärkt auch auf Modernisierung und Reform, Korruptionsbekämpfung, Schaffung von Arbeitsplätzen und bessere Regierungsführung setzte. Aber die Umsetzung solcher Ziele ist weitgehend auf der Strecke geblieben, sodass von nachhaltiger Stabilität keine Rede sein kann. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Hallbach, für den sehr informativen Vortrag. Und wir würden gleich weitermachen mit Herrn Dr. Christoph Günther. Den darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Und zwar Herr Dr. Günther promovierte 2013 an der Universität Leipzig zum Thema Ein zweiter Staat im Zweistromland, Genese und Ideologie des islamischen Staates Irak. Während seiner Promotion war er kollegiert am DFG-Graduiertenkolleg religiöser Non-Konformismus und kultureller Dynamik an der Universität Leipzig und ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle und lehrt auch gleichzeitig an den Universitäten Marburg und Leipzig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die neuzeitliche Reformbewegung und politische Ideen in der arabischen islamischen Welt. Darüber hinaus forscht er zur Ideologie und visuellen Kultur des islamischen Staates. Neben seiner Doktorarbeit hat Herr Dr. Günther auch viele deutschsprachige und englischsprachige Aufsätze verfasst, unter anderem mit dem Titel Mehr als bloßer Terrorismus, der islamische Staat als soziale Bewegung und Parastaat, sowie dschihadistische Rechtfertigungsnarrative und mögliche Gegennarrative für die HSFK-Reportreihe den Salafismus in Deutschland, den er gemeinsam mit unter anderem mit Frau Prof. Schröter verfasst hat. Jetzt wird Herr Dr. Günther uns mit seinem Vortrag Syrien und der Irak scheitern des Kalifat bereichern. Bitteschön. Ich hoffe, dass das nicht zu viele Vorschusslorbeeren waren, Ewin, aber vielen Dank für die freundliche Einführung. Denn tatsächlich der Titel mag Erwartungen wecken, die ich höchstwahrscheinlich nicht einlösen werde können. Denn die Verhältnisse in Syrien und im Irak sind so sehr im Fluss, dass sich, wenn man über das scheiternde Kalifat auf einer territorialen Ebene etwas sagen wollte, hier tatsächlich nur eine Momentaufnahme machen ließe. Und ich halte das für nicht hilfreich oder auch nicht befördernd, was unser Wissen über diese Bewegung angeht. Ich werde stattdessen versuchen und sicherlich werde ich mich hier auch wiederholen oder werde Dinge wiederholen, die im Laufe des heutigen Tages schon gesagt wurden. Ich werde versuchen, Mechanismen und auch einige Entwicklungen zu identifizieren, die den IS auf sozialer Ebene vor allem erfolgreich machten, also anschlussfähig machten. Das, was Peter Neumann heute früh als Resonanz beschrieben hat und das ist in anderen Vorträgen auch schon angeklungen, das werde ich versuchen, so ein bisschen zu skizzieren. Zusätzlich würde ich versuchen, gerne im Anfang meiner Ausführungen mich so ein bisschen an den leitenden Begriffen dieser Tagung abzuarbeiten. Also was heißt Parallelgesellschaft, was ist rechtsfreier Raum? Ich konnte leider heute früh nicht pünktlich kommen. Insofern kann es auch sein, dass ich da Dinge wiederhole, die da bereits gesagt wurden. Aber auf die Gefahr hin fange ich einfach mal an. Also ich denke, dass die, meines Erachtens, die Verwendung beider Begriffe im Hinblick auf die Herrschaft des Islamischen Staates in Syrien und im Irak und auch in Libyen nur bedingt sinnvoll ist. Denn wenn man sich das ideologische Gerüst und die Medienarbeit des Islamischen Staates ansieht, kann man selbstverständlich zu der Einschätzung kommen, dass einige der Faktoren erfüllt seien, die Klaus Bade, der Historiker mal für die Konstituierung einer Parallelgesellschaft identifiziert hat. Also eine monokulturelle Identität, ein freiwilliger und bewusster sozialer Rückzug auch in Siedlung und Lebensalltag und eine weitgehende wirtschaftliche Abgrenzung sowie eine Doppelung der Institutionen des Staates. So und wenn man da jetzt mal durchgeht, dann trifft das de facto jedoch nur auf ganz wenige Territorien zu, die sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten unter der Kontrolle des Islamischen Staates befunden haben. Der IS reklamiert für sich einen ganz bestimmten Gesellschaftsentwurf, der selbstverständlich nicht zuletzt von einer binären Gegenüberstellung von Gut und Böse, also eine ganz klare schematische Aufteilung der Welt lebt. Und die Übersetzung dieses Ideals in die Realität wird jedoch bei weitem lange nicht so stringent vollführt, sondern muss eben sich den pragmatischen Notwendigkeiten der Realität fügen. Also dementsprechend die Frage, existiert eine monokulturelle Identität unter denjenigen, die in den vergangenen Jahren Teil dieser Bewegung waren und das immer noch sind? Ich würde das ganz klar verneinen, denn diese Menschen unterscheiden sich nicht nur in Sprache, Herkunft, soziale Zugehörigkeit und nicht zuletzt in ihrer religiösen Erziehung. Religiöse Praxis ist etwas anderes sozusagen, das, was der islamische Staat fordert, aber wie diese Menschen aufgewachsen sind und religiös erzogen worden sind, unterscheidet sich zum Teil fundamental. Und dementsprechend bringen diese Menschen jeweils unterschiedliche Identitäten mit, die je nach Situation stärker oder eben weniger stark betont werden. Und selbstverständlich versucht der islamische Staat aber eine gemeinsame Identität zu konstruieren, die für alle Mitglieder verbindlich sein sollen. Aber ob diese Angebote jedoch in der Praxis über den Kreis der Führungsschicht der aktiven Kämpfer oder anderer in Institutionen des islamischen Staates Beschäftigter hinaus tragfähig sind und damit also zu einer Konstitution einer monokulturellen Identität führt, halte ich für äußerst fraglich. Der zum Aspekt des freiwilligen und bewussten Rückzugs lässt sich sagen, dass der hier sicherlich in besonderer Weise zutrifft. Und ein solcher Rückzug ist ja auch ein Motiv, das der islamische Staat in seinen Kommunikaten immer wieder betont, in Anlehnung an die Praxis des Propheten. Sich also zurückzuziehen, sich als die Fremden zu begreifen, die in ihren eigenen Gesellschaften fremd sind, in Anlehnung an einen Ausspruch des Propheten der Islam, kam als ein Fremder und er wird wieder ein Fremder sein und dementsprechend begreift man sich eben selbst als fremd, sowohl auf religiös praktischer Ebene als eben auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Aber über die Imitation dieses idealisierten Vorbilds hinaus hat jedoch eine solche Segregation meines Erachtens vielmehr mit dem Charakter des islamischen Staates als einer Bewegung zu tun, die in innerstaatliche Konflikte involviert ist und dementsprechend grenzüberschreitend parastaatliche Strukturen schaffen möchte. Also man muss sich selbstverständlich zurückziehen, um Gruppen interner Kohärenz herstellen zu können und von da aus dann militärisch agieren zu können auf der einen Seite, aber eben auch sozialen, kulturellen, politischen Wandel herzustellen oder auch zurückzudrehen. Und zu den Aspekten einer weitgehenden wirtschaftlichen Abgrenzung und einer Doppelung von staatlichen Institutionen ist zu sagen, dass auch hier formulierter und visualisierter Anspruch, also der in Bilder gegossene Anspruch an die Wirklichkeit deutlich auseinander geht. Der islamische Staat war wohl zu keinem Zeitpunkt wirtschaftlich von den ihn umgebenden Machtstrukturen abgegrenzt, also im Sinne eines eigenen Binnenmarktes gewissermaßen und hat auch keine ihm eigene Wirtschaftstheorie entwickelt. Öl wurde zum Beispiel von den okkupierten Ölquellen im Irak und Syrien an das syrische und türkische Regime verkauft, der Warenverkehr durch das Gebiet des Kalifats wird besteuert und auch die Währungen Syriens und Iraks werden nach wie vor als Zahlungsmittel eingesetzt, übrigens entgegen der Ankündigungen diesen und dem US-Dollar den Gold-Dinar als Zahlungsmittel entgegenzusetzen. Ich kann das immer nur wieder empfehlen, ein englischsprachiges Video, Rise of the Khilafa, Return of the Gold-Dinar, eine mehr als einstündige Dokumentation gewissermaßen des islamischen Staates, die sich auseinandersetzt mit Vorwürfen gegen die US-amerikanische Wirtschaft und Finanzverwaltung, die also den, ist quasi ein globalisierungskritischer Ansatz, der hier aufgenommen wird, der auch westliche Audienzen, westliche Zuhörerschaften, Zuseherschaften ansprechen soll. So und was den anderen Begriff betrifft, der diese Konferenz leitet, so denke ich, dass kaum genug betont werden kann, dass der Begriff rechtsfreier Raum in vielen innerstaatlichen Konflikten kaum zutreffend ist. Denn vielmehr sind dies Räume, auf die der Staat nur beschränkten oder keinen Zugriff hat, um insbesondere sein Gewaltmonopol anzuwenden und seine Fürsorgefunktion, seiner Fürsorgefunktion Rechnung zu tragen. Diese Räume sind deshalb mitnichten jedoch rechtsfrei, sondern Gruppen und Bewegungen und Organisationen, die das Gewaltmonopol des Staates und damit dessen Anspruch in Frage stellen, ein bestimmtes Rechtssystem zur Anwendung zu bringen, können nur erfolgreich sein, wenn sie diesem Anspruch Alternativen entgegensetzen. Und in der insbesondere politikwissenschaftlichen Forschung werden diese Entwicklungen unter dem Begriff Rebel Governance subsumiert. Und damit wird also ein Prozess beschrieben, in dem sozialer, kultureller und politischer Wandel dadurch herbeigeführt werden soll, dass eben Leerstellen, die die Staaten in Bezug auf ihre Fürsorgefunktion hinterlassen und in Bereichen, in denen sie also ihr Gewaltmonopol nicht mehr anwenden können oder dies nur bedingt tun können, mit alternativen Angeboten gefüllt werden. Sei dies also im Zuge einer feindlichen Übernahme oder im Zuge der schlichten Ersetzung nicht leistungsfähiger Strukturen. Und das kennen wir aus ganz vielen innerstaatlichen Konflikten oder auch vom karitativen Engagement beispielsweise der Muslimbruderschaft in ganz vielen arabisch-islamischen Ländern. Und also sie können das in innerstaatlichen Konflikten in Kolumbien, Somalia, Jemen und ebenso im Irak und in Syrien verfolgen. Wo der islamische Staat übrigens nicht der einzige Akteur ist, der diese Leerstellen zu füllen versucht und dabei teilweise erfolgreich war und ist. Ich denke aber, dass der islamische Staat insofern speziell ist, als er ein sehr elaboriertes Programm zur Errichtung einer alternativen Gesellschaftsform vorgelegt hat und den Aufbau einer Rechtsordnung anstrebt, den Teilen auch durchgesetzt hat, die sich an frühislamischen Vorbildern orientiert und sich aus der klassischen islamischen staatspolitischen Literatur speist. Dieser Anspruch ist aber in Teilen eben oder in der Praxis jedoch nur in Teilen eingelöst worden. Ich komme darauf nochmal zurück und kennzeichnet sich eben auch dadurch, dass der Gegenstand von fortwährenden Aushandlungsprozessen mit ganz unterschiedlichen Akteuren ist. Und das Stichwort Aushandlungsprozesse ist vielleicht auch was, wo wir nochmal neu über Staatlichkeit nachdenken könnten. Pierre Bourdieu hat das ja in seinen Ausführungen über den Staat auch gesagt, dass der Staat eigentlich kein festgefügtes Ding ist, kein Stein sozusagen, der unverändert da ist, sondern sich eigentlich ein Staat dadurch konstituiert, dass unterschiedliche Interessengruppen sich ständig in Aushandlungsprozessen befinden. Und das ist auch was, was die ethnologische Forschung zum Beispiel mit Blick auf Straatsfragilität in Afrika aufgenommen hat und fruchtbar gemacht hat. Ich halte das für einen sinnvollen Ansatz, da nochmal neu drüber nachzudenken. Ich komme zurück. Der Fakt, dass für einige Bürger sowohl im Irak als auch in Syrien eine Identifikation mit ihrem jeweiligen Nationalstaat und dessen politischen Institutionen in den Hintergrund getreten ist, lässt sich meines Erachtens vor allem mit Blick auf die Art und Weise erklären, wie die innerstaatlichen Konflikte in diesen beiden Ländern ausgetragen werden. Und Konfessionalisierung des Konfliktes ist hier ein entscheidendes Stichwort. Das klang heute auch in mehreren Vorträgen schon an. Die Islamisierung der Politik, die Konfessionalisierung der politischen Landschaft wäre das sozusagen mit Bezug auf Irak und Syrien. Das heißt einerseits, dass die politische Landschaft im Irak nach 2003, nach, viele von Ihnen werden das wissen, nach ethnisch-konfessionellen Proporz neu geordnet wurde und diese Verschiebung der Machtverhältnisse, ganz grob skizziert, den Boden für ganz tiefgreifende Veränderungen im sozialen Gefüge nach sich zog. Das heißt also existenzielle Unsicherheit, Xenophobie und ein stärkerer Bezug des Einzelnen auf familiäre und konfessionelle oder ethnische Netzwerke beförderten damit eine Spaltung der Gesellschaft. Und zusätzlich veränderte dies auch die Rhetorik religiöser und politischer Akteure, die ihre jeweiligen Zuhörerschaften mit Bezug auf deren konfessionelle oder ethnische Identität anzusprechen gelernt hatten. Narrative von Unterdrückung bekamen also bei der Auseinandersetzung um die Frage, wie sich der Irak als Nation neu konstituieren könnte, von einer entscheidenden Bedeutung. Und während also schiitische Gruppen und Parteien ebenso wie Vertreter der Kurden darauf aufmerksam machten, dass sie unter Saddam Hussein politischer Verfolgung in besonderem Maße ausgesetzt waren und entsprechend dafür Satisfaktion forderten, waren es sunnitische Kleriker und Politiker, die ihrerseits eine Anerkennung des Opferstatuses ihrer Gefolgschaften forderten, die unter der Auflösung des Militärs und der Ba'ath-Partei besonders gelitten hatten. Also wenn wir den Begriff Staatsferne hier aufnehmen, so lässt sich damit ein Zustand beschreiben, der nicht auf eine, sondern auf ganz viele soziale Gruppen innerhalb der irakischen Bevölkerung zutrifft. Gleich welcher Konfession oder Ethnie, denn sehr viele verfolgten und verfolgen immer noch Partikularinteressen und machen dies bis heute sehr stark. Und das heißt natürlich nicht, dass eine Identifizierung der einzelnen Iraker als Iraker damit obsolet wäre. Sie ist jedoch gegenüber anderen Teilidentitäten deutlich in den Hintergrund gerückt. Und in Bezug auf den islamischen Staat lässt sich festhalten, dass die Bewegung in ihren Kommunikaten gezielt versucht hat, die Bedeutung dessen, was es heißt, ein sunnitischer Iraker zu sein oder was es überhaupt heißt, ein sunnit heutzutage zu sein, mit eigenen Symbolen zu versehen und damit also die Identifikation einiger Bevölkerungsteile mit der Bewegung zu stärken. Hier lässt sich eine Anekdote einflechten, die Will McCants, der in Amerika relativ bekannter Terrorismusforscher ist, in seinem Buch The ISIS Apocalypse an den Anfang gestellt. Er sagt also, ein junger Mann in New York hängt eine schwarze Flagge aus seinem Fenster 2014 und die Nachbarn werden darauf aufmerksam und informieren die Polizei, die kommt vorbei und der sagt, wieso? Das ist eine Flagge, die eigentlich alle Sunniten weltweit benutzen. Ich war mir überhaupt nicht im Klaren, dass das die Flagge des IS sein soll. Ich wollte damit nichts Böses. Ja, also hier werden sozusagen Symbole produziert, die anschlussfähig sind weltweit für diejenigen, die nach einer symbolischen Repräsentation ihrer religiösen Identität auf der Suche sind und mit der Ideologie primär erstmal nichts zu tun haben müssen. Gleiche kann man sagen über die symbolische Figur des Kalifen, das Kalifat, das ja durchaus noch einen guten Klang besitzt. Wir können darüber in der Diskussion auch gerne nochmal in die Tiefe gehen. Aber all die Entwicklungen, die ich hier ganz grob skizziert habe, trugen ganz sicher zu einer Konfessionalisierung auch des syrischen Aufstandes. Weil denn alle daran Beteiligten hatten aus dem irakischen Bürgerkrieg gelernt, dass ihr Engagement in diesem Konflikt dann auf Resonanz eines weiten Teils ihrer Zuhörerschaft stoßen würde, wenn sie es im Sinne konfessioneller und ethnischer Identitäten rahmten. Und so brandmarkte das syrische Regime seine Gegner bald nicht mehr nur als Terroristen, sondern eben auch als Islamisten, die die bisher existierende Struktur der syrischen Gesellschaft gefährdeten. Schiitische Gruppen in Syrien und im Libanon und im Irak suchten gleichzeitig ihre Gefolgschaft mit dem Verweis auf die Gefährdung religiöser Städten, also zum Beispiel des Senab-Schreins bei Damaskus zu mobilisieren und bedienten sich in ihrer Rhetorik wiederum bestehender Polemiken aus der islamischen Geistesgeschichte. Und in gleicher Weise gehen sunnitische Gruppen vor, nicht nur der islamische Staat, sondern auch andere, die ihre jeweiligen Gegner mit Schmähbegriffen betiteln, die auf deren vermeintliche Heresie und den Verrat an der muslimischen Gemeinschaft hindeuten. Dementsprechend lässt sich einerseits auch keine scharfe Trennlinie zwischen Ideologie und Konflikthandeln ziehen und andererseits auch keinen direkter Zusammenhang konstatieren. Sicherlich lässt sich sagen, dass Eliten ihre Position nutzen, um also Anhängerschaft mittels ideologischer Rahmungen der Wirklichkeit zu mobilisieren, Einschätzungen von politischen und sozialen Ereignissen und Entwicklungen zu artikulieren und auf dieser Basis Emotionen zu wecken und damit auch menschliches Handeln zu beeinflussen. Und diese ideologischen Rahmungen, das ist heute schon mehrfach angesprochen worden, müssen selbstverständlich verstanden werden und auch plausibel sein und nehmen deswegen in den meisten Fällen Bezug auf Konzepte, die auch im Mainstream grundsätzlich konsensfähig sind. Der Begriff Shura fiel heute schon, also die Versammlung eines Kreises von oder eines Teils der muslimischen Elite, um sozusagen einen Konsens innerhalb der Gemeinschaft herzustellen. Das Kalifat als Idee, das einen guten Klang besitzt, grundsätzlich und positive Assoziationen hervorruft und dergleichen mehr. Und also die so geschaffenen Angebote zur Deutung der Wirklichkeit können in Konfliktsituationen selbstverständlich auch dazu dienen, Kontingenzen zu bewältigen und Handeln in gewisser Weise gegen Kritik zu immunisieren. Also zum Beispiel lässt sich damit auch gewaltvolles Handeln gegen diejenigen rechtfertigen, mit denen man bislang friedlich zusammengelebt hat. Allerdings ist mit Blick auf Irak und Syrien insbesondere die empirische Forschung noch in einem Anfangsstadium und es wird abzuwarten sein, welche Antworten von den Menschen kommen, die in diese Konflikte auf Seiten aller Konfliktparteien involviert waren. Und über die Opfer müssen wir selbstverständlich oder mit den Opfern müssen wir selbstverständlich auch sprechen. Aber was die Täter angeht, ist immer noch eine offene Frage, welche Rolle spielt eigentlich die Ideologie für deren Handeln insgesamt und möglicherweise für gewaltvolles Handeln im Speziellen? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus auch für eine post-islamische Staatperiode? Ich möchte noch einmal zum Anfang zurückkommen und dem Begriff des rechtsfreien Raums, dem der Parastaatlichkeit entgegenstellen, weil ich glaube, dass der hier sinnvoller anzuwenden ist. Denn wenn wir nämlich auf den Anspruch des islamischen Staates schauen, regulative Autorität auszuüben, zeigt sich in vielen Bereichen, dass transnationale Aspekte nicht von lokalen Strukturen zu trennen sind. Ich möchte das ganz kurz am Beispiel sowohl des Rechtswesens als auch der Bildung erläutern. Die wenigen Interviews von Menschen, die wir haben, in vom islamischen Staat zurückeroberten Gebieten im Irak, zeigen, dass der islamische Staat insbesondere in der Herstellung von Sicherheit sowie im Aufbau eines Rechtssystems erfolgreich war. Also dort, dessen Bemühungen oder Erfolge als gut eingeschätzt wurden. Und Sie wissen, dass sich dieses Rechtssystem nicht nur auf den strafrechtlichen Bereich erstreckt, sondern eben auch zivilrechtliche Fragen behandelt. Und damit ist die Frage natürlich, wenn man dieses Rechtswesen als gut beurteilt, hängt damit selbstverständlich auch die Umsetzung von Rechtsurteilen zusammen. Und ich würde sagen, dass der islamische Staat gerade ob seines starken Militärisierungsgrades der zeitweilig sehr hohen Zahl an aktiven Kämpfern und der Einbindung von Personen des ehemaligen Regierungsapparates über Ressourcen verfügte, entsprechende Rechtsurteile auch umzusetzen. Und für die Beurteilung, also insbesondere der zivilrechtlichen Verfahren, zeigen uns die Interviews, dass die Besetzung des Richterpostens durch einen saudischen oder tunesischen Anhänger der Bewegung weniger entscheidend war für diejenigen, die diese Gerichte aufsuchten, als die tatsächliche Aussicht auf eine Umsetzung der Rechtsprechung. Wo also der Staat nicht mehr leistungsfähig ist, müssen bestimmte gesellschaftliche Teilbereiche trotzdem aufrechterhalten werden und die Bevölkerung nimmt dementsprechende Angebote auch an. Und wenn wir auf Syrien schauen, so lässt sich Ähnliches feststellen, jedoch nicht nur für den IS, sondern auch in Bezug auf andere Rebellengruppen, die versucht haben, über ganz ähnliche Maßnahmen die lokale Bevölkerung an sich zu binden. Und hier ist interessant, dass insbesondere die dschihadistischen Gruppen und Bewegungen erfolgreicher zu sein scheinen als beispielsweise die Freie Syrische Armee, die zwar Recht spricht, deren Urteile in der Praxis aber kaum umgesetzt werden. Und das führt dazu, dass die Menschen eben dorthin gehen, wo sie Aussicht darauf haben, dass das, was an Recht gesprochen wird, auch umgesetzt werden konnte. Zum Bildungswesen, also ein Teil der Übernahme gewissermaßen staatlicher Fürsorgefunktionen, lässt sich sagen, dass der islamische Staat hier durchaus wenig erfolgreich war. Und damit zeigt sich hier auch eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, da dieser Bereich in den Kommunikaten des IS eine sehr, sehr große Rolle einnimmt. Also Reparaturen öffentlicher Straßen beispielsweise, Brücken, die Erhaltung ziviler Infrastruktur, medizinische Versorgung und andere Teilbereiche von Good Governance, die auch im islamischen Sinne als karitatives Engagement zum Wohle der Gemeinschaft gedeutet werden können, erfuhren anscheinend in der Realität keine so hohe Priorisierung. Und anders ist das zumindest 2014 bis Anfang 2015 gewesen bei den Bemühungen des IS um die Übernahme des Bildungswesens, weil damit natürlich auch ein langfristiger Effekt auf die Bevölkerung verbunden ist und tatsächlich kultureller Wandel hier vorangetrieben werden kann, weil man über das Bildungswesen ganz anders wirken kann. Sie wissen, dass der islamische Staat versucht hat, die Kontrolle über öffentliche Schulen und Hochschulen zu übernehmen, beispielsweise in Mosul und dabei einige dieser Schulen in Zentren religiösen Lernens umwandelte oder eben systematisch die Lehrpläne änderte. Bestimmte Fächer ganz von dem Curricula Strich, die seiner Ansicht nach nicht der literalistischen Interpretation von Koran und Sunnah entsprochen haben, andere Fächer stärker betont haben. Interviews, die eine Osloer Kollegin von mir mit Flüchtlingen aus Mosul im Nordirak geführt hat, zeigen, dass die Maßnahmen, die insbesondere Lehrerinnen und Dozenten ergriffen, um gegen diese Übernahme des Bildungssektors zu rebellieren, sehr weitreichend waren. Von der Organisation geheimer Lerntreffen bis hin zu offenem Widerstand gegen die Versuche des islamischen Staates reichten, also das Bildungssystem zu übernehmen. Und das hat mit einem ganz bestimmten Anspruch dieser Berufsgruppe an ihrem Beruf zu tun. Also Berufsethos ist für Lehrerinnen und Dozenten an Hochschulen viel entscheidender als für jemanden, der beispielsweise in einem Elektrizitätskraftwerk arbeitet. Und das führte letztlich dazu, dass der Bildungssektor in großen Teilen nicht nur vernachlässigt wurde, natürlich auch zusammen mit einem militärischen Druck auf den islamischen Staat, der dazu führte, dass Personal an die Front abgezogen werden musste, sondern eben auch der Bildungssektor wegen dieses Widerstands vernachlässigt wurde, was zu einem Zusammenbruch oder regelrechten Kollaps des Bildungssektors in Mosul und in den ländlichen Gebieten im Nordirak führte. Ich komme zum Schluss. Was bedeutet nun die Erosion der Kontrolle des islamischen Staates über bestimmte Gebiete im Irak und in Syrien? Ich denke, dass sie zunächst nicht bedeutet, dass daraus eine stärkere Identifikation der Bevölkerung mit dem jeweiligen Nationalstaat folgt und dementsprechend auch nicht nur eine Anerkennung des Nationalstaates, sondern eben auch fruchtbarer Boden für die Wiederversöhnung aller Bevölkerungsteile. Das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Die Ursachen der Konflikte sind nämlich weiterhin persistent und auch die politischen Akteure in den jeweiligen Zentralregierungen scheinen nur bedingt Interesse an einer Wiederversöhnung der Bevölkerungsgruppen zu haben. Vielmehr scheint die Wiederherstellung staatlicher Souveränität primäres Ziel, auch der internationalen Verbündeten und dieses insbesondere im Irak der Fall, also scheint mir im Irak der Fall zu sein. Dieses zweifelsohne Voraussetzung für eine Ausübung des Gewaltmonopols und staatlicher Kontrolle heißt jedoch nicht, dass das Vertrauen in die Institutionen des Staates und seine Repräsentanten besteht und somit also nationale Identität wieder größere Bedeutung gewinnt. Mir scheint es vielmehr so zu sein, dass die Muster von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, die in den vergangenen Jahren von allen Akteuren in das soziale Gewebe geprägt wurden, weiterhin fortbestehen und somit also alternative Angebote, solange plausibel und attraktiv, zu gegebenem Zeitpunkt wieder eine stärkere Rolle spielen können. Damit bedanke ich mich. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Günther, für den lehrreichen Vortrag und aus zeitlichen Gründen würden wir jetzt gleich weitermachen mit dem nächsten Vortrag. Abschließend darf ich Ihnen Frau Schröter vorstellen. Frau Schröter ist meine ehemalige Professorin und nach wie vor Lehrerin und Unterstützerin. Sie ist Professorin für Ethnologie, kolonialer und postkolonialer Ordnung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Darüber hinaus, haben wir jetzt mehrmals erfahren, ist sie Direktorin des FFGI, Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam und gleichzeitig Gründerin. Darüber hinaus ist sie Principal Investigator im Estillenzcluster, die Herausbildung normativer Ordnungen. Sie ist Direktorin im Cornelia-Göthe-Zentrum für Geschlechterforschung und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Südostasien der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde. Außerdem ist sie wissenschaftliches Beitragsmitglied des Frankfurter Zukunftsrats und Vorstandsmitglied des Deutschen Orient-Instituts. Sie war außerdem Inhaberin des Lehrstuhls für Südostasienkunde an der Universität Passau und hat auch zwischen 2004 und 2004 als Gastprofessorin an der Yale University, den Universitäten Mainz, Frankfurt und Trier gelehrt und forschte als Fellow an der University of Chicago. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört der islamische Feminismus und Frauenbewegung in der islamischen Welt, die Konstruktion von Gender und Sexualität, islamischer Extremismus und Terrorismus sowie der progressive Islam, allgemein Säkularismus und Religion, Flüchtlinge und Integration sowie politische, religiöse und ethnische Konflikte. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Frau Schröter, mit dem Titel Transnationaler Dschihadismus in Südostasien und würde Ihnen jetzt das Wort übergeben. Ja, vielen herzlichen Dank, Ewin. Vielen Dank, dass Sie alle noch da sind, obwohl es schon so spät ist. Ich versuche jetzt zweigleisig zu fahren, immer auf meinen Rechner zu klicken und gleichzeitig hier drauf und das wird dann klappen, weil die Folien auch gleichzeitig mein Manuskript sind. Ich werde Ihnen jetzt zum Schluss noch ein bisschen was erzählen über einen Teil der Welt, der normalerweise gar nicht mit Dschihadismus in Verbindung gebracht wird, nämlich Südostasien. Und hier gleich mal eine Karte. Da werden Sie sehen, dass einige bevölkerungsstarke Länder in Südostasien muslimisch geprägte Länder sind, allen voran Indonesien, mit 230 Millionen Muslimen allein. Das heißt, die bevölkerungsreichste muslimische Nation ist Indonesien. Aber auch Malaysia ist nicht ganz schlecht mit 22 Millionen. Und dann kommen einige kleinere, nämlich die Philippinen, Thailand und Myanmar. Ich werde mich beziehen, Bonai fehlt noch, Bonai ist natürlich ein Zwerg, ein kleines Sultanat. Ich werde mich ganz stark beschränken auf Indonesien, auf Malaysia als Rückzugsraum allenfalls, aber dann noch auf die Philippinen und auf Thailand aus speziellen Gründen heraus. Aber jetzt vielleicht noch mal kurz, die religiöse Landkarte, da sehen Sie, dass der Süden Thailands muslimisch geprägt ist, vorwiegend der Süden der Philippinen. Wieso sieht man nichts? Doch, jetzt sieht man was, okay. Ah, ich muss in die andere Richtung gehen. Gut. Also Sie sehen, der, kann man hier, ist ja auch ein Pointer bei. Hier sehen Sie den Süden Thailands, das sind vier Provinzen, die sind von der muslimischen Mehrheit bevölkert, die auch noch Malayen sind und keine Thais, das spielt nämlich auch eine Rolle. Dann haben wir hier Malaysia, wir haben Indonesien, 14.000 Inseln alleine. Und auch Indonesien ist, obwohl es die größte muslimische Nation der Welt ist, schon auch pluralistisch, weil es große christliche, hinduistische und früher auch mal Minderheiten hatte, die Lokalreligionen angehört haben. Und dann haben wir hier die Philippinen, auch da ist nur der Süden muslimisch, der Rest ist katholisch dominiert. Das heißt, wir haben hier im insularen Bereich eigentlich einen großen Teil muslimisch geprägter Inseln. Und das ist auch schon ein Teil des Problems, wie wir nachher sehen. Das hat natürlich sehr viel auch mit kolonialen und postkolonialen Ordnungen zu tun. Und jetzt will ich Ihnen nur mal ganz kurz auflisten, warum, anders als Sie das vielleicht glauben, Dschihadismus auch in Südostasien ein Problem ist, obwohl Sie da wenig von hören. Das Erste, daran denken Sie vielleicht noch, 2002, ein Jahr nach dem 11. September, zwei große Anschläge in Bali, die 202 Opfer gefordert haben, die meisten von Ihnen, junge Australier, die in einer Diskothek waren. Und da unten dieser Herr, den Sie sehen, das ist Abu Bakr Bashir. Abu Bakr Bashir, der ist der spirituelle Kopf der Gruppe, die diese Anschläge verübt hat, nämlich der Gruppe Jama Islamir. Der Herr ist mittlerweile in Haft, erfreut sich aber bester Gesundheit und hat auch eine Gruppe von Anhängern um sich gescharrt, sowohl innen als auch außerhalb der Haftanstalt. Und just hat er sich vor kurzem, hat er den Eid auf Abu Bakr al-Baghdadi, den Kalifen des IS, geschworen, in einer Gruppe von Getreuen. Das kam dann in die Presse und Sie können sich vorstellen, dass das den indonesischen Behörden nicht so furchtbar recht war, dass das passieren konnte. Ja, es gibt nach wie vor, das hat Auswirkungen, dass dieser Herr weiter tätig ist, er hat weiter Anhänger und 2016 gab es in Jakarta einen Anschlag, der allerdings von der Polizei so behandelt worden ist, dass er keinen großen Schaden angerichtet hat, war aber erst mal ein Schock für die Indonesier mitten in der Hauptstadt und da gab es dann solche Reaktionen, Kamitida Takut, wir haben keine Angst, also sehr selbstbewusst und trotzig dem begegnet. Ja, es gibt jede Menge Propaganda und zwar schon seit eigentlich 20 Jahren für dschihadistische Gruppierungen, je nachdem, was gerade so in Mode ist, jetzt ist es der IS und es gibt auch durchaus öffentliche Bekundungen im öffentlichen Raum, wo dann der Dschihad als einzige Lösung für die gegenwärtigen Probleme bezeichnet wird. Aber es ist nicht nur in Indonesien, wo es dschihadistische Attacken gibt, sondern auch beispielsweise auf den südlichen Philippinen gibt es immer wieder Anschläge, das ist jetzt ein Anschlag 2016 vor einer katholischen Kirche, es gibt Anschläge auf Märkte, es gibt Anschläge auf Polizeistationen, das werden Sie durch die gewöhnliche Tagespresse in der Regel nicht erfahren. Diese Herren hier sind Ihnen möglicherweise schon etwas mehr bekannt, das ist die Abu Sayyaf, die bekannteste philippinische Terrorgruppe. Bekannt ist sie eigentlich nur deshalb, weil sie hin und wieder westliche Segler oder Touristen kidnappt. Aber sie kidnappt im Übrigen nicht nur westliche Opfer, sondern sie kidnappt überhaupt. Kidnapping ist eines ihrer wichtigsten Geschäftszweige und da werden hohe Lösegeldforderungen erhoben. Sie sehen auf der rechten Seite, sehen Sie zwei Kanadier, da hat man versucht, pro Kopf etwa sechs Millionen zu erpressen, das ist nicht geglückt und man hat die dann öffentlich gedemütigt, bedroht und letztendlich hat man ihnen vor laufender Kamera die Köpfe abgeschnitten als Signal natürlich an alle, wenn ihr nicht zahlt, passiert euch das. Und unten links sehen Sie ein deutsches Seglerpaar, da hat offensichtlich der deutsche Staat gezahlt, weil die beiden leben noch und ganz unten auf der rechten Seite, das war im Jahr 2000 bereits, da sind die mal in die Presse geraten, weil sie in Malaysia in einem Touristenressort 22 Geiseln genommen haben und dafür eben auch Lösegeld kassiert haben. Ja, hier sehen Sie vielleicht noch mal kurz die Karte, wir sprechen hier von dem Teil im Süden Mindanao plus diese kleinen Inselchen und hier ist Malaysia, also da, das sind im Prinzip alles so die Gewässer, in denen Abu Sayyaf fischt, in denen die sich gut bewegen können, in denen die auch eine Gefahr darstellen, vor allem natürlich für Touristen, nicht nur für westliche Touristen, auch Japaner sind ganz bevorzugt dort überall, wo es Geld gibt. Ja, und jetzt kommen wir zu Thailand, Süden Thailand, auch da gibt es nahezu geschlossene Gesiedlungsgebiete, nämlich im absoluten Süden, es gibt auch ein paar Muslime in Bangkok, aber der Süden ist ein Gebiet, das tatsächlich noch mal ganz besondere Relevanz hat und im Süden Thailands, das wissen Sie nicht und das ist wirklich dramatisch, da gibt es Hunderte, Hunderte von Anschlägen permanent seit 2002, 2003 auf Polizeistationen, auf Schulen, auf Lehrer, auf Mönche und auf alle Muslime, die moderat sind. Da gibt es ein regelrechtes Tummelbecken von dschihadistischen Akteuren, die sich zunehmend fragmentieren und dadurch immer unberechenbarer werden. Ich werde da gleich noch auf die Hintergründe eingehen, warum das so ist. Hier auch noch mal Kallobukan, Dschihad Apalagi, wenn kein Dschihad, was dann? Also das sind so populäre Parolen, die auch wie Dschihad ist die Lösung, Dschihad ist doch das Einzige, womit wir alle unsere Probleme beheben können. Ja, jetzt entschuldigen Sie bitte, dass die Folie auf Englisch ist. Ich habe die noch geschrieben, als ich dachte, ich soll hier einen englischen Vortrag halten. Aber das sind sozusagen, möchte ich Ihnen kurz darstellen, die Bedingungen für einen erfolgreichen Dschihad oder überhaupt die Bedingungen für Dschihadismus, das sind einerseits ungelöste lokalen oder regionale Konflikte. die bis in die Kolonialzeit hineinreichen. Das Revival des islamischen Fundamentalismus, die Medien spielen eine ganz große Rolle, also der Zugang zu dschihadistischen Medien und dann zwei Dinge, die mir besonders wichtig sind, das ist einmal die mangelnde Kontrolle dschihadistischer Aktivitäten durch den Staat und die mangelhafte Kontrolle des staatlichen Territoriums. Und Christoph Günther hat ja gerade schon gesagt, dass mit dem rechtsfreien Raum, das ist so natürlich rein von der Begrifflichkeit nicht wahr. Es gibt immer irgendwo Recht, der Begriff bezieht sich auf staatliches Recht und wir haben in Südostasien durchaus Räume, in denen der Staat nicht präsent ist, in denen es völlig andere Rechtsvorstellungen gibt und andere Formen von Ordnung, andere Formen von Werten und Normen. Und das ist natürlich für jeden Staat ein Problem, wenn er irgendwo nicht mehr präsent ist. So, die historischen Hintergründe und die historischen Konflikthintergründe fange ich jetzt mal mit Indonesien an. Indonesien, da sehen Sie auch nochmal eine religiöse Landkarte. Die Muslime sind zwar unglaublich stark, aber sie haben zum Beispiel hier auf den Außeninseln, das ist das Gelbe, da haben sie christlich missionierte Gebiete, der Islam kam in Indonesien an, früheste Schätzungen sagen im 9. Jahrhundert, im 14. war er definitiv da. Vorher gab es Hinduismus, gab Buddhismus, gab verschiedene Missionswellen in Indonesien und danach kamen dann unterschiedliche christliche Missionare, einmal durch die Spanier, später dann die Engländer und natürlich letztendlich die Niederländer, die da ihr Kolonialregime errichtet haben und diese Religionsgruppierungen haben sich mit den Wellen immer wieder gegenseitig verdrängt. Ja, und Indonesien war bis 1949 kolonisiert durch die Niederländer und da gab es erheblichen Widerstand, gerade oder im 20. Jahrhundert muslimische Organisationen waren sehr aktiv in diesem Widerstand. Das muss man wissen, um das spätere alles zu verstehen und diese muslimischen Organisationen waren der Ansicht, dass die perfekte Nachkriegsordnung ein islamischer Staat sein soll. Und dieser Herr, den Sie damit kennen, die sehen Sie, das ist der erste Präsident Indonesiens, das ist, der erste Präsident Indonesien, das klappt nur unvollständig, sehe ich schon, Sokano, Sokano war ein kluger Mann, der war selber Muslim, aber hing einer synkretistischen, sehr moderaten Spielart des Islam an und der sagte, wenn Indonesien ein islamischer Staat wird, dann verliehen wir alle Gebiete, die nicht dieser Art des Islam angehören, die nicht kernislamisch sind und wo es moderate Muslime gibt, aber auch Hindus und Christen, also ist es sinnvoller, wir machen einen multikulturellen postkolonialen Staat und er hat das handstreichartig durchgesetzt gegen seine ganzen muslimischen Kampfgefährten und hat Indonesien als multikulturellen und multireligiösen Staat konstituiert. Da haben sich natürlich seine Weggefährten nicht mit einverstanden erklärt und Sie sehen da auf der linken Seite sehen sie eine Gruppe Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Es haben sich Militärkommandanten dieser Widerstandsbewegung abgespalten, haben einen eigenen Staat innerhalb Indonesiens ausgerufen, islamischer Staat Indonesiens und die haben relativ große Gebiete besetzt gehabt, haben eine eigene Armee aufgebaut und haben 15 Jahre lang, muss man sich überlegen, Jahre lang gegen die Nationalarmee Indonesiens gekämpft. Dann hat Sukhano und später eben sein Nachfolger Soharto haben sie die Sache im Griff gehabt und haben eine sogenannte gelenkte Demokratie implementiert, das heißt einen mehr oder weniger autoritären Staat, in dem der politische Islam verboten war. Und diese Zeit, die ist just auch die Phase, in der das Bild entstanden ist, Indonesien sei so ein moderater islamisches Land. Das Ganze änderte sich, und das hatten wir heute schon mal, mit der Demokratisierung. Soharto wurde durch eine breite Widerstandsbewegung aus der Zivilgesellschaft 1998 zum Rücktritt genötigt, dann gab es das übliche Demokratisierung, freie Presse, alles ganz wunderbar, aber es gab auch das Aufkommen neuer islamistischer Akteure, unter anderem dieser Kampftruppen des Heiligen Krieges Lasker Dschihad. Die sind in Jakarta in dieser Gewandung patrouilliert, die haben Kirchen angezündet und haben natürlich die alte Forderung, Indonesien soll ein islamischer Staat werden, wiederbelebt. Also diese Geschichte postkolonialer Staat, multikulturell, autoritär geführt, das bricht alles zusammen in der Demokratisierung und da kommen jetzt Akteure wieder an die Öffentlichkeit, werden wieder empowert, die damals durch die ersten Präsidenten unterdrückt worden waren und diese Akteure kommen durch die Demokratie quasi an die Macht, aber sie denken nicht daran, sich an demokratische Spielregeln zu halten. Südthailand ist auch, der Konflikt geht in die Kolonialzeit zurück. Die südlichen Teile waren ein malaysches Sultanat und dieses Sultanat wurde durch die Thais, durch das thailändische Königtum Ende des 19. Jahrhunderts kolonialisiert und man hat versucht diese Leute zu thaisieren. Sie können sich vorstellen, dass das überhaupt nicht geklappt hat, sondern das Ergebnis war, dass es Widerstandsbewegungen gab. Das Gleiche passierte auf den südlichen Philippinen, auch dort gab es Sultanate und als die Spanier dann die Philippinen kolonialisiert hatten, wollte man auch diesen Teil sich einverleiben. Das klappte nicht, dann wurde Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Philippinen verkauft an die Amerikaner. Die Amerikaner haben das Spiel weitergemacht und haben den Süden unterworfen. Mit dem Ergebnis, sowohl im Süden Thailands als auch im Süden der Philippinen haben wir Widerstandsbewegungen, die militärisch agieren, die eine komplette Loslösung ihrer muslimisch bewohnten Territorium a. von Thailand, b. von den Philippinen haben wollen. Und diese Gruppen gibt es bis auf den heutigen Tag. vielleicht noch mal gibt es zwei große Gruppen. Das eine ist die Moro National Liberation Front, das ist eine eher säkulare Organisation und dann gab es das Ganze noch als Islamic Liberation Front, also eine islamische Agenda. Mittlerweile die wollten, das lasse ich vielleicht mal aus, mittlerweile haben diese Organisation Verhandlungen auch mit dem Staat aufgenommen und haben Territorien, bekommen und man könnte sagen, da ist einiges positiv in Bewegung geraten. Faktisch ist es aber nicht, weil letztendlich die Separation das eigentliche Ziel ist. Sowohl in Thailand als auch auf den Philippinen haben sich die vormalig eher moderaten, eher nationalistisch orientierten Widerstandsorganisationen, die eine Loslösung wollten, islamisiert in den 80er Jahren. Auch da, wie wir das heute schon so häufig hatten, mit ausländischem Geld und ausländischem Ideologietransfer. Wir haben heute die Situation, dass im Süden Thailands der Salafismus die Mainstream-Form des Islam darstellt und im Süden der Philippinen ist es zum Teil so. Nicht durchgängig, aber doch zum Teil. Und da bin ich jetzt bei dem Punkt, was untermauert all diese instabilen, in die Kolonialzeit zurückragenden Konflikte, das ist eben das Aufkommen des islamischen Fundamentalismus. Seit der Islamischen Revolution im Iran ist das ganz wichtig. Ich, das 2005, da habe ich in Indonesien gearbeitet und mit Interviews geführt mit Mitgliedern der Gruppe Hisbo Tahir, die übrigens wie andere radikale Organisationen in Indonesien immer schon geduldet waren. Man hat gedacht, na, die dürfen halt mitspielen, dann werden sie nicht radikal. Das hat natürlich nicht wirklich hingehauen. Wir hatten dann vor einigen Jahren von der fundamentalistisch-islamischen Zivilgesellschaft in Indonesien massive Bestrebungen, die Islamisierung der Gesellschaft voranzutreiben. Das sind jetzt Frauen, die fordern ein Pornografie-Gesetz, ein Antipornografie-Gesetz. Das mag ihnen erstmal gut erscheinen, aber unter Antipornografie wird alles verstanden, was in der Lage ist, das Begehren eines Mannes zu wecken. Das heißt, ein Bikini, ein T-Shirt bei Frauen etc. Also da ging es um die Durchsetzung einer islamischen Ordnung. Parallel sind absolute Hardliner an die Oberfläche gespült worden, die immer noch weiter Zulauf haben. Das eine Bild, Haram, Umat Islam, die Pimpira, Orang Kaffir, das sind aktuelle Demonstrationen, die gegen den derzeit amtierenden Oberbürgermeister Jakartas gerichtet sind, weil der Mann ein Christ ist, ein chinesischer Christ noch dazu. Und auf diesem Plakat steht, es ist Haram, die islamische Umma durch einen Kaffir, durch einen Ungläubigen führen zu lassen. Diese Leute kriegen mittlerweile Millionen auf die Straße in Indonesien, nur damit ihnen vielleicht mal klar wird, was das bedeutet, Islamisierung. Diese Islamisierung geht einher mit Gewalt gegen Minderheiten, nicht nur Christen, sondern auch Schiiten und gegen die Ahmadiyya. Da ist es zu Vertreibungen gekommen, zu Mord etc. Der Staat bleibt dabei bemerkenswert inaktiv. Das ist eben auch noch wichtig. Der Staat lässt diese Gruppen gewähren, weil er zum Teil mit ihnen verbandelt ist. Ja, auch in Thailand gibt es eine starke Fundamentalisierung, die weggeht von dem alten Konzept des eher synkretistischen Islam. Da sehen Sie Mädchen von einem islamischen Internat und das könnte auch in jedem anderen Ort der Welt sein. Man sieht es noch nicht? Wieso sieht man das jetzt nicht? Jetzt. Und selbst die kleinen Mädels sind schon unter dem Schleier. Nur damit sie eine Idee haben, in welche Richtung das muslimische Südostasien abtrifft. Das heißt nicht, dass es da keine Liberalen gibt, aber die sind natürlich unter enormem Druck. Ja, jetzt die Propaganda. Es ist natürlich wie bei uns auch möglich, in den Medien jede Art von dschihadistischer Propaganda zu setzen. Und es ist auch möglich, die coole Seite, Islamismus und Dschihadismus sind ja Jugendbewegung, die coole Seite, deutlich zu machen. Das sind also Fanartikel, könnte man vielleicht sagen. Dschihadistische Fanartikel. Ja, jetzt fünf Minuten, das schaffe ich. Die ungenügende Kontrolle des Staates dschihadistischen Gruppen gegenüber habe ich bereits anklingen lassen. Es gibt bis auf den heutigen Tag pro IS-Demonstration in Jakarta. Seit 2014 ist der IS verboten und man hat sich dazu durchgerungen, von der Regierungsseite zu sagen, das ist keine normale religiöse Bewegung, sondern etwas anderes. Aber es gibt nach wie vor radikale Moscheen, die tatsächlich unter den Augen des Staates weiter betrieben werden. Das gibt es ja bei uns auch. Das ist nicht so etwas ganz Besonderes. Und es gibt auch einen offenen Vertrieb von Fanartikeln. Das ist ein Bild, das ist in einem Laden aufgenommen. Ja, also nicht nur übers Internet, sondern man kann auch tatsächlich solche Dinge im Laden kaufen. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das ist die ungenügende Kontrolle von staatlichem Territorium. Nochmal die Karte, vielleicht zur Anschauung, damit Sie sich vorstellen können, wie das da eigentlich aussieht. Südostasien, das muslimische Südostasien, das ist eine Inselwelt. Eine Inselwelt, die äußerst schwer zu kontrollieren sind. Alleine, wie gesagt, Indonesien besteht aus 14.000 Inseln. Kleinere, größere, die Philippinen ein bisschen weniger, aber auch hier Thailand, Malaysia, diese ganze Ecke hier. Es sind unendlich viele kleine Inseln und in diesen Inseln, südchinesisches Meer, gibt es traditionell Piraten. Das ist überhaupt nichts Neues, das hat auch gar nichts mit dem Dschihadismus zu tun. Die gab es schon immer, seit wir Aufzeichnungen haben, ist es ein Piratengebiet. Viele dieser Piraten, die agieren jetzt mittlerweile unter islamistischer Flagge, aber eigentlich geht es ihnen mehr oder weniger um Piraterie. Das heißt, es gibt einen Raum, in dem eine Gewaltökonomie völlig normal ist. Die Leute finden da nichts dran, weil es einfach schon immer zu ihrem Erwerb gehört. Und man hat immer gesagt, auch Geiseln haben gesagt, wir sind da versorgt worden in den Dörfern, da haben die Frauen das Essen gebracht. Ja, weil eben das so eine normale Ökonomie ist, da wird gekidnappt und da wird geschmuggelt und die Leute leben davon. Sie haben auch sonst zum Teil wenig zum Leben, muss man sagen. Das Zweite sind die Tropen, tropischer Regenwald, da müssen sie erstmal durchkommen. Das heißt, es ist ideales Rückzugsgebiet für klandestine Gruppen, für Guerillagruppen, die dann auch noch in einem Land sind, in einem Territorium, wo sie Freunde, Verwandte haben, wo die Leute die gleiche Sprache sprechen wie sie. Das ist alles malayisches Gebiet. Malayisches Gebiet, in dem bestimmte Klane, bestimmte ethnische Gruppierungen sind und die sind da unter sich. Und wir hatten das heute auch schon häufiger, da geht man nicht zu den staatlichen Stellen, da geht man auch nicht zur Polizei, da versteckt man die Leute, weil es eben die eigenen sind. Ja, und der Staat tut sich außerordentlich schwer, sowohl in den Philippinen als auch in Thailand und in großen Teilen Indonesiens und Malaysias überhaupt Kontrolle durchzuführen. Es ist einfach viel zu viel fast unbesiedeltes oder ganz, ganz dünn besiedeltes Land, Berge, Wälder, Flüsse und unzählig viele Inseln. Also von daher wird es noch eine Weile ein Problem bleiben, staatliche Kontrolle tatsächlich durchzuführen. Der Staat selbst, muss man sagen, agiert auch nicht mehr immer im besten Sinne. Auch da gibt es natürlich die alten Konflikte, die Thais, die mit den Malayen zusammenstoßen und diese Malayen auch für minderwertiger halten als sie selbst. Es gibt die katholischen Filipinos, das Militär, das weitgehend katholisch ist und natürlich mit den Muslimen auch nicht viel zu tun hat. Und in Indonesien haben wir just in den Gebieten, die sich nach der Unabhängigkeit dem Staat verweigert haben und einen eigenen Islamstaat ausgerufen haben, just da haben wir natürlich den größten Rückhalt für neue terroristische Gruppierungen. So, das war's.